Hallo liebe Gattln und Werkelfans, beim Zubereiten von unserem abendlichen Snack für das Feuerfassl bin ich draufgekommen, dass wir im Herbst ein Video gemacht haben, wie man Krammelschmalz macht und wenn euch das interessiert, nach dem Intro geht es weiter. Das schaut so aus, wir brauchen dazu eine ordentliche Portion Schweinespeck, das ist Hälfte-Hälfte-Rückenspeck, Bauchspeck ohne Haut, den haben wir frisch bestellt bei der Fleischerei. Da ist noch einiges an Fleisch drauf, das ist jetzt nicht passiert wie tragisch, wir werden es ein bisschen gleich putzen, aber an und für sich kann man das drauf lassen, das gibt ein bisschen einen feinen Geschmack und dann passt das. Wir werden das Ganze auf zwei Mal machen, falls auch ein Durchgang daneben geht, haben wir noch immer eine andere Hälfte, wenn wir das richtig machen können. Wir werden ins Freie gehen, auf die Wiesen, da ist es egal, ob es spritzt oder nicht, wir haben das vorher auf der Terrasse gemacht, mit Zeitungspapier ausgelegt, das tun wir uns heuer nicht mehr auch. Was wir noch brauchen, ist ein Gefäß, eine Pfanne, wo wir den Speck auslassen können. Wir haben da so eine Partypfanne geschenkt bekommen, die kostet 20 Euro, ist für sonst nicht was zum Gebrauchen, für die Krammelschichten perfekt. Der hat einen Temperaturregler dabei, die Krammeln können dann nicht verbrennen, da geht so circa ein Kilo, ein bisschen mehr als ein Kilo rein, und dann werden wir den Speck circa dreiviertel Stunden, je nachdem, ständig umgehen, und die Krammeln dann goldgelb rauspacken, im eigenen Fett quasi, neologisch. Da ist es dann so, wenn du die Krammeln zum Schluss, wenn du die Krammeln zum Schluss noch zusammendrucken kannst, dann sind sie genau richtig, wenn du sie nicht noch zusammendrucken kannst, und sie sind schon sehr groß, dann sind sie zwar gut, aber extrem hart, und wenn du sie aufs Brot aufgeschmierst, das wird nichts, du hattest dir die Zähne aus. Wenn sie den Speck natürlich beim Fleisch schon farschieren lassen oder klein schneiden lassen, dann wird das insgesamt eine homogene Masse, wird der Sportzeit das Würfel schneiden, aber der Spaß fällt natürlich weg. Wir wollen das ja alles selber machen, und dadurch haben wir auch so einen Drum gekauft. Was wir noch brauchen, sind natürlich einige Glasl, Gläser, zum Einfüllen von dem Ganzen. Wir haben hier Standard-Marmeladen-Glasl, die werden wir jetzt ganz normal, wie es bei der Marmelade ist, auskochen, 10 Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten, so, ich bin jetzt nicht der Marmeladinger, und dann sind die bereit zum Einfüllen. Wir werden das Krammelschmalz nicht würzen. Krammeln rein, Fett rein ins Glasl, Kühlschrank stellen, kühl und dunkel lagern, dann halt euch das, mindestens einmal ein Jahr. Und wenn man es dann raus nimmt, auf ein frisches Brot auf hier, auf ein Bauernbrot mit Knoblauch, übrigens, das Knoblauch-Video von der Susanne, da wisst ihr, wie man Knoblauch macht dann. Und genau den Knoblauch werden wir nächstes Jahr, sofern wir ihn ernten können, aufs Brot auf hier haben. Und das ist perfekt. So, und jetzt gehen wir es an. Wir haben jetzt den Speck in zwei Hälften geschnitten, jeweils zu 1,5 Kilo. Wir werden jetzt Streifen von ca. 1,5 cm Breite oberschneiden, dann Würfel draus machen, und den kleinen Würfel werden wir dann in der Pfanne auslassen. Bei ca. 70-80 Grad, jeweils 3 Viertelstunde, das muss nochmals reichen. Und dann sind sie fertig zum Abfüllen und zum Herjausnen natürlich. Und da ist es jetzt so, je kleiner, dass die Würfel werden, desto geschmackiger und angenehmer zum Essen werden auch die Kramen. Zum Fett gibt es noch zum Sogen, das ist natürlich relativ gehaltvoll. Es ist ein Lebensmittel, das jetzt nicht jeden Tag essen kannst. Sonst pfeift da kein Cholesterin mehr oder irgendwas. Das heißt, gemäßigt essen, als Genussmittel betrachten, dann ist das pipifein. Wenn so ein bisschen Fleisch draus ist, ist das jetzt nicht die große Tragödie. Das wird mit ausprobieren. Das wird aber wahrscheinlich nicht im Glas landen, sondern das wird gleich vernoscht werden. Weil frische Krammeln mit brauem Brot. Solltet ihr es einmal probieren. Wenn ihr schon mal bis zu dem Punkt im Video kommen seid, ist das schon mal gut, dann interessiert euch das. Bleibt auf alle Fälle dran. Ich werde den restlichen Speck jetzt noch klein schneiden. In der Zwischenzeit können wir die Glasel abkochen. Den Speck, den wir heute geholt haben von der Fleischerei. Das ist, weil die Buch ist draußen im ECL für die Einheimischen. Da freuen wir uns schon auf das erste Krammelschmalzbrot. Das war ein glückliches Schwein. Das Schwein war glücklich bis zu dem Zeitpunkt, wo es geschlechtet worden ist. Weil das Ende vom Schwein ist bekanntlich der Anfang der Wurst. In dem Fall vom Krammelschmalz. Und auf das krammeln wir uns schon. Das wird wohl glücklich. Das war's. 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 Die Fenster. Das ist die erste Kostprobe. Und die sind wirklich ein Hammer. Das haben sogar die alten nicht bestätigt. Weil ich darf ja nicht mehr umriehen auch nicht. Weil die alten können das viel besser. Das müssen wir auch hier machen. Ich möchte hier auch tun. Jetzt ein bisschen fern sind. So. Fern sind. Schau. Es heißt, es geht nur ein Mietz, da. Ja, es ist super. Ihr habt es gesehen, das ist jetzt kein Riesenaufwand, das kann man schon mal selber machen. Ihr müsst euch nur ein bisschen trauen, wichtig ist, dass es nicht zu heiß aufhängt, sonst verbrennen euch die Krammeln und ihr braucht auch nicht 4 oder 8 Stunden rühren, es reicht, wenn sie das ganze Fett aufgelöst haben, die Krammeln goldbraun sind, dann könnt ihr es rausnehmen, anfühlen und das war es im Prinzip. Wenn euch das taugt hat, gebt einen Daumen auf, abonniert unseren Kanal, wenn ihr ihn nicht abonniert habt, bis zum nächsten Mal, gutes Gelingen. Oder? Nein, es war schlecht.